Folle mich, wenn du möchtest. Rachen Geschmiedete Abbrechen Abbrechen, abbrechen, abbrechen Ich hab kein, ich hab kein, der will, der will würmen Das ist ne Kristalle Hab aber kein ne mehr Die, die er cut hat, hab ich ihm natürlich gleich geklaut Ganz logisch Was geht denn hier? Wo schieb ich denn du? Oh geil Warte So Darüber ist der Greifer Hier Ayana, guck mal, ich bin schneller wie du Dass der Greif mich doch nicht sieht Ob Ayana, jetzt renn halt vor Ja, genau So I'll harvest what I can In meiner Wasserkann Na Hallöchen Alles klar Na Let's not Exkript this To the sky 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 I can't allow any further harm To the sky 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 Das ist doch schon ein bisschen weh, der Kerl Jetzt bleib ich aber schee boh, gell? Jetzt bleib ich aber schee boh, gell? So So, völlig Genau Lass dich nur Scheeblatt hauen Bam Sick Locker Higrid Okay Er hat halt da nur zwei, ich glaub der war schon verletzte oder sowas Keine Ahnung Nun ja Blatt ist Blatt Warum Ist egal Oh, die haben die mitgeholfen oder was? Das ist natürlich fein Finde ich gut Ja, jetzt können wir anstatt hier blaue Kristalle zu betrachten, können wir jetzt einmal das Ding an gucke, ah, nicht schlecht, ne? So bin ich zu euch Gar kein Problem Ähm Bam 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 Wuppala Sorry Äh So Also wir haben aber schon weiter Weg vor uns, ne? Mimisto quasi, ganz Nivellage Ich würd halt Boah, das ist halt schon ein riesen Weg, ne? Okay, Mimisto zurück, komm Die Ayana führt mich jetzt einfach mal in die Stadt Das ist doch schon mal nicht schlecht Ja Ja Differente Master fervieren verschiedene Pawns Komm mal da, ne? Was? 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 Bleib nochmal lai, ja? Wie? 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 so ja, haben wir gut gemacht okay, Items, though das ist schade das ist ein Beste mhm, kacke oh, ist das das sieht immer so gut aus wenn wir schon mal hier sind dann tun wir noch ein bisschen erkunden äh, ne, 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 ne Ayana, Ayana, ne, ne, ne alles klar, ne, 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 ne geh vor, geh vor, Ayana Ayana, Ayana, geh vor, geh vor geh vor, ich renne da noch ah ja, du bist ein gutes, ne ja, dann Ayana geh du vielleicht mal bitte vor du bist doch mein Führer ja, ja, nein ja, ich komm sorry, aber du rennst doch kreis und quer dir ist kaum zufolge ist dir nicht so, ich glaube, dass wir jetzt zurück in die Stadt rennen ja, 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 bin dabei, bin dabei und in der Stadt tun wir dann erst mal unser Zeich loswerden die, die Sucherkristalle oder wie die Dinger häsen ähm so, dass wir halt ein bisschen leichter sind vielleicht schon, ne und bereite uns vor weil das gibt dann nämlich eine längere Reise zu, zu dem wo wir halt hin wollen so, vielleicht kennt man uns auch mal ein paar neue Waffen-Karfe aber mir hat die Dolche halt wirklich gut gefallen vom Aussehen her aber es gibt halt einfach deutlich bessere Richtung und so lassen wir mal so da bin ich jetzt noch mit zufrieden soweit und du? ja guck mal her ich hab keine Bock Treppe zu rennen ich kann die mal gerne machen muss es dann nicht Mama und Papa musst du dann mal Händchen heben während ich oben irgendwie auf der Mauer entlang laufen so ich schlafe jetzt nur so lange hinterher bis ich weiß wo wir sind so ah ja hier bin ich gleich zu Hause und zu Hause da wohne ich und frische Brötchen esse ich am liebsten mit Honig ein sehr weiser Mann hat das mal gesagt hier wohne ich aber nicht du lügst doch ich wohne hier gar nicht aua bin ich jetzt gefallen oder was ja sorry aber das sah schon irre witzig aus gerade ey was machst du bei mir daheim das geht ja da so also einlagern zu allererst in dem Pfeil wo habe ich dann die ganze Pfeile hier denn auf jede Fall verhängnis verhängnis Pfeil also ich könnte nennen das los immer ein splitter kommt auf alle fällen hin desto weg weiß nicht versteinert die robbelbobbels lassen wir alle so wenn ich arznei dringe ich habe letztens c mitgenommen oder so seltsam naja das lassen wir lager ich das eigentlich alles in kann man das mal jemand so guck jetzt sind wir wieder leicht was ist denn das so schlicht haltsweihrauch kommt A weg das Kopptuch habe ich mal vorhin A gezogen und das macht Schwächungswiderstand und sowas und es ist für alle Klasse geeignet also machen wir das behalten wir erst mal das könnte ich zurück zum Sven bringen ja aber mal her so brauchen wir nicht mit rumschleppen so recht verkaufen mal alles klar wie sieht es beim Ulrich aus Ulrich da sieht es urig aus so Ayana hat auch ein bisschen was Glatze Katze hat natürlich nur hier gekrallte Sache wieso lager ich das eigentlich in ich glaube hast du das hier okay so so na 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 fertig fertig jetzt gehen wir erst mal noch rund schlauf hier bis zum Moment ja weil ich habe nämlich wenig Energie so ja was hat er dann feines verdammt war es okay abbrechen abschließen ja so wo sind wir dann wo sind wir dann wo ist mein Haus dir Haus dir da ist die Haus dir die ist Haus an dir die Haus dir oh es rennt es rennt krass boah das riecht bestimmt super wenn es so warm ist und es rennt dann so auf die Zone wo du dann riecht oh das ist so geil so ähm ach ja ich will zum zum Gilde Heinrich da muss ich da hinten hin ja mach mir Platz da und dann da hinten noch weiter hin hin ach ja ich wollte ja noch baffer kaffe ja 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 baffer ja 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 komm mal her und zwar hätte ich gerne die da die sind gut kaufen so ausrüsten ja ok und jetzt will ich es gleich verbessere wann es geht also vergelt sowieso 2200 kostet die alte Falter erhöht Stärke und Abwehr naja große greifen klaue sicher habe ich gar nicht egal so äh kann ich die eigentlich Sache verkaufen schon oder zum beispiel das da und das drücken blieb schon zack wie ich hab dir gerade was verkauft und ich soll geld ausgeben wieso das gibt doch gar keinen sinn so äh das gilde ding jetzt renn doch mal ein wenig schneller das wäre vielleicht schlecht sieht voll gut aus wenn es hier reint hat so das gilde ding ist du hallo kenne ich dich nicht gut ich kenne ich doch okay gehe gerade hier wo der wind bloß mir gerade egal also ich würde gerne suche medaillons übergeben ja ja ich habe ein paar gefunden sieben stieg sogar 24 immerhin die freundin hat irgendwie schon 3000 oder so es gibt also ring der bestrebung erhöht ein klein wenig die durch den gegnern gewohne disziplin ist ja irgendwas cooles die will ich auf keinen Fall das sind die nächste die ich kenne die blinke immer so blöde oh ja warte mal warte mal ich hab ja irgendwie was kreht 5300 bin ich nicht irgendwie wie steht denn das bin level 7 das ist nicht gut genug so wie sieht es mit Ulrich aus Ulrich hat neue Waffe Fertigkeiten so jetzt satt sorry ich bin verwirrt hier einwandfreier Schutz tadelloser Schutz Konter Perfekte Abwehr was was mich noch ein bisschen aufregt ist die Startrampe das hat noch kein Amo geklappt die zugeordnete Taste drücken ach so ach man ach so ja aber ach so nee die zugeordnete Taste drücke wann ich das mach aber ich mach das so nicht das soll ja eh machen so dann guck mal noch mal bei mir ich irgendwie was geiles ja das will ich nicht brauche ich nicht will ich nicht um schlingen um garnen oh na das ist eigentlich geil das habe ich mal glaube ich auch Hohren drauf Schleier ist mir egal stehlen habe ich einfaches töten gleitet nach einem abgewährten angriff hinter den gegner und schlitzt ihm die kehle auf oh guck mal wenn ich das nevel ding drin habe und dann tut der auto mal oh das ist eigentlich recht geil dann muss ich ja fast gar nichts mehr machen natürlich nämlich das so und das du mal dann ja komm shit on it Taste drücken wenn du vom Ziel angegriffen wirst so achso na ne das ist ja doof ich dachte das geht automatisch ja aber eigentlich wäre es Zeit hier der Doppelsprung schön gut aber so oft nutze ich den ja eh nicht es wäre Zeit was anderes was besseres zu nehmen stehlen hätte ich gerne so bitteschön geil madia alles klar oh sorry hab ich ein lockendes rauchzeichen zwei was ich habe nichts gesehen ne ist alles in ordnung was hab ich sorry ich sollte mich vielleicht nach hinten erschleichen okay ja geil ich klau ich beklau jetzt einfach alle so die Händler scheinen viel Zeich zu haben glaube ich ist okay Nadu na Nadu alles klar violetter farbstoff wenn ich meine pawns was klaue ne die haben nix haha ihr seid arm und und du guckt ich glaube ich de base Keine wohl nicht Sinn. Wieso haben die nichts zu klauen? Was seid ihr für arme Leid? Die sind ja genauso arm wie ich. So, Dedo. Aber der sieht mal aus, als wäre er Porn. Ist es wahrscheinlich. Okay. Ich will noch irgendwie was cooles klauen. Wünsche, ob ich so Hauptcharaktere, so Storycharaktere, klauen kann. Wir haben die alle kein Geld. Also, ich will nur nicht mehr Geld. Ich will Sachen. Ja. Hallo. Kann ja wohl nicht Sinn. Das ist ja voll dumm. Ah ja, die Freundin hat gesagt, ich soll nur Sellebahn fahren. Wie ist der Ofer? So, da gehen wir dann gleich mal hin, ne? Oh ja, stimmt. Das kennt der Haube, der Haubeweg abkehrt sie, ja. Oh, da fahren wir besser nicht nur noch. Ich kenne die Star-Tour. Ich fahre dann mit der Sellebahn. Da hin. Da nirgends. Da sind aber eine Haube, habe ich, ne? Da hin und dann geht es auch noch weiter, oder wie? Okay. Wir fahren ein bisschen Sellebahn. Äh, Sellebahn. Sellebahn, ja, von mir aus. So, dann müssen wir die Treppe da nuf. Geh ich mal stark davon aus. Hallo. Was? Ich hab dich nur angerempelt. Alles in Ordnung. Na, du? Der Nils hat oben gestimmt. So. Jetzt versuche ich. Hau, Bahnstation. Eins. Okay, Moment. Ich muss mal gucken, wo die dann hinführt. Doniva. Und dann? Entweder do nuv. Das wäre natürlich praktisch. Oder do nuv. Okay, wir machen das jetzt mal. Ich drehe mal am Rädel. Muss ich doch die ganze Zeit? Nee. Okay, kann ich mit dem L-Stick Kurbel drehen? Das mache ich doch. Muss ich. Ich muss doch gar nicht nur so. Ich muss gar nicht drehen. Die macht das doch von alle. Aber das sind halt hart. Die machen mal so ein bisschen angestützter. Da ist es denn egal. Wieso heile ihr? Genau. Mache ich immer hart, die Böden sind. Und ich drehe am Rädel. Genau, ihr Lusche. Lass dich nicht nur nachschmeißen. Okay, wenn es ja nur Hapio sind, das ist so locker, oder? Was ist denn das so? Das so sieht mir eigentlich aus wie Gangster, wenn ich das mal so sah. Oh weh, das sind alles Gangster. Um die müssen wir uns kümmern. Ach, so. So. So, wo Donuts immer noch? Wer ist denn da noch? Kennen wir, ne? So, war gut, ne? Nix. Hallo. Achso, ich hab die Waffe nach Haus. Oh, sorry. Ich bin ein guter. Ich hab' den Elvish verstanden, Master. Ich erwarte, dass du mein Talent gut finden kannst, wenn wir einen anderen Sprecher finden können. Äh, ne, ne, ist schon in Ordnung, ich kann selber Elvish. Hab' ich gelernt. Bleib ich dir jetzt vielleicht mal stehen? Wasservogelumhang? Goal. So. Ja, mach ich, mach ich. Was hast du denn Feines? Uh. Äh, Samtumhang, das ist alles nicht so. Die magische Abwehr, Mondscheinumhang. Dunkler Moorhund, Federumhang. Uh, der ist aber hübsch. Kommo. Der ist aber hübsch. Gewand des Sternenguckers. Ah, bisschen luftig vielleicht, ne? Fing der Abkühlung. Ringe durch Feuerangriffen. Ich verkaufe da, wo du vor was, wie wär' dann das, ne? Da, desto verkaufe ich da. Und... Äh, brauchst du vielleicht den Wasservogelumhang? Ja, hab' ich gefunden. Ne, ist schon in Ordnung. Verkaufen. Warte. Aufkaufen. So. Tschöö. Bitte, bitte. Ah, das ist noch einer. Gar nicht, wie viel ist. Nur, äh, ich sehe ihn ja irgendwie ja immer noch nicht, ne? Ich würd' dir gern mithelfen, aber ich fall' da irgendwie immer runter. So. Und es sind zwei Golems. Drei. Zwei, zwei bis drei. So, aber wir... Ne, 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 ne. Wir fahren weiter, schee, die Säilbahn. Äh, okay. Aber wie? Aber wie, ne? So. Also, ich will eigentlich do, niva. Ja? Ist doch zufällige Säilbahn do? Ne. Ey, du hast aber Liste. Was macht die do? Okay. Okay, dann geh ich, naja. Äh, ich will eigentlich do, ne? Spannend mal das? Moment. Äh, hab ich vergesst. Ich geh mal kurz ins System. Dann kenne ich, wie das aussieht hier. Äh, wo ist denn das? Ist Anzeige. Ah. Hat. Aus. An. Minimap. Steuerungsanzeige automatisch. Aus. An. So. Ja. Okay. So, jetzt ziehe ich das. Also benutzen, ne? Und wie. Rechter Button ist Sehne. Spannend. Ah, das kann über dem Boden gefahren sein. Und, und. Und dann einfach füße. Puff. Ich hab nicht viel Wege, du, ne? Puff. Ja, das ist jetzt nicht so interessant, ehrlich gesagt. So. Mich interessiert viel mehr. Ah, ich kann den ja dabei holen. Das ist natürlich praktisch. Aber wo geht die dann hin? Einfach nur do nun, ne? Muss mal gucken. Ob ich überhaupt in die richtige Richtung guck. Ich dachte so. Ja, guck. Da ist ja die Sälebahn. Ah, die geht dann so und geht dann do hin. Und dann hätte ich so gar nicht mehr so weit. Na, das ist gut. Das machen wir. Ähm. So. Ich dreh am Rädel. Mit Vassal tauschen. Oh, ja. Remo. Ja, ja, ja. Dreh, dreh mal am Rädel, Ulrich. Dreh, dreh mal am Rädel. Ah, geil. So. Ulrich. Ulrich. Ich kann den Ulrich nicht nur klauen. Ja, witzig, weil ich so mal eigentlich das Zeich klauen. Hahaha. So. Wir machen jetzt aber, ähm, das Ganze wieder aus, 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 Optionen, Benutzeroberfläche, aus. Weil ich das nicht mag, weil du rechts die Tasche dauernd stehen. Ich mein, oh ja, warte mal, warte mal, warte mal. Ich hab mal wieder Zeugs gebaut. Sorry. Minimap. Vassallenbefehle ist natürlich Quatsch. Das braucht kein Mensch. Spieler hat, brauche ich. Vassalle hat. Human. Ne, Head-Up-Display ist es so, gell. HID ist Human Interface Device. Okay, der recht. Lass uns mal so. So war das in Weitung, gell. Aber ist das gut. Ja. Guti. Dann komm immer her. Da ist er. Auf geht's. Jetzt weiß ich ja, wie es funktioniert, ne? Ich, ich dreh Kurbel. Ich glaub, wann ich mitdreh. Ja, wann ich, wann ich den Analogstick mitdreh, dreht er schneller, okay? So. Ich dreh Kurbel, ihr kümmer euch. Sag mal, wo ist eigentlich die Glatze Katze? Ja, vergess, die ist noch da hin. Das ist schlecht. Ich dreh, ich kurbel, ich mach. Ja, genau. Die Ayana so. Hä, war das jetzt schon alles? No. Glatze Katze, komm ich mit. Er ist nicht, wo du bist, aber komm ich halt einfach mit. So. So. Ah, du bist schon. Ach so, du willst, ich glaub gerne von deinem Weg kommen. ich habe doch noch eine klaue und er ist aber schnell verschwunden man so also wir müssen jetzt so nun eine larve jawohl ab her mit einer trennen das geht schon ich will auch ein bisschen was mitnehmen so haben wir gut gemacht gell ja kann ich mal ruhig geld geben nämlich gern dankeschön ohne quitte jawohl ich bin der meister quitte gewesen naja vielleicht wenn der jetzt mal quitt oder so da habe ich den witz glaube ich schon mal gebrungen oder bin ich mir relativ sicher soll ich gucken auf die kart wir sind hier unten und wir müssen weiter runter also eigentlich müssen wir dem dicke weg durch folgen weil schon schon mal keine möglichkeit also weiter geradeaus und links zum dicke weg oder ist ja gell war mir klar hat so ja und was ist jetzt drin nix nach der uni ist es lager mal wülp so klau Sorry, dass das jetzt gerade wieder so unübersichtlich ist, aber das ist ein Spiel. Hate the game, not the player. Okay, ich weiß nicht, was das bedeutet, aber okay, da wärst du schon recht dran, ne? War doch hier nicht noch in der Arbeit? So, wir sind jetzt natürlich noch richtig vom Wake-Abkommen, sehr schön. So, ich glaub... Ne, doch, da kommt Marona. Da ist der dicke Weg. Ja, genau, da ist der dicke Weg. Den erkenne ich noch, den erkenne ich noch. Da hab ich doch irgendwo... Aber das ist nicht genau da, wo ich das Wasser aufgesprengt hab. Und so verschrockt bin, dass das Wasser aufgesprengt ist. So, Moment. Muss ich vielleicht da entlang gehen? Ne, da ist doch jetzt eine Höhle. Ne, das ist schon... In Ordnung, da geht der richtige Weg. Mach mal, 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 mach mal. Wir laufen der Weg, ist das nicht. Hübsch. Hübsch. Da hinten könnte man noch ein bisschen rasten. Wo hängt kein Monster? Gut. So. Normalerweise hängen da immer... Ach, komm mal, da hinten. Oh. Na, bei euch, alles klar. Wieso kann ich mir eigentlich nichts klauen? So, jetzt hier kommen ja die... Ja, 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 ist schon gut. Junge, wie wär's, wenn du einfach mal am Feierchen weggehst? Nur so als Idee. Und dann kann ich da auch Lachen aufschlagen. Das wär eine gute Idee. So. Wir gehen jetzt noch ordentlich was futtern. Ne, gehen wir nicht. Ja, nämlich nichts. Und ruhen uns bis zum Morgen aus. So. Ähm. Ja, ne, ich hab noch Bock, weiter zu spielen. Ich hab grad die Valeto, wie ich jetzt... Hier, äh, Schluss machen soll. Aber nö, ich hab eigentlich noch Bock. Soll mal da hochgehen. Na, ich hab aber Angst, dass wir da nicht mehr nirgeln. Ne, 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 ich mach das ganz normal, will ich das Gehört. Nirgeln, da kommt jemand. Weiträumig umfahren, bitte. Sonst labert sie dich an. Oder eher. So, jetzt... Ich glaub, das ist... Shit. Was hängt mit dir da so blöde rum, ey, echt jetzt? Was bin ich denn wohl überhaupt? Okay, erscheint kein großes Problem. Ist das in der Krieg? War mal aus, war mal. Was ich grad... War mal aus, war mal aus, war mal aus. War mal aus, war mal aus. War laыв. War mal aus, war mal aus. War mir mal aus. Wie war die Mitzeriften, Reg źichten gar nicht. Was war die Mitzeлин, was F....... Warasta, jetztk Cadd Böépest. Und jetzt fahren, bei Zof Bare Floor. So, ich habe mich ab beim Halten hier, dass ich mal Ausdauer aufbauen kann. Uh, jetzt ist aber Zeit, dass ich mich wieder aktiviere hier. Komm her, kriege ich noch ein Rekke-Massage. So, ich bin locker, wenn nicht platt gemacht hier. Ach, das sind so Ogers, die gedenken an, sie haben jetzt leichtes Spiel mit uns, wo wir abgelenkt sind. Tja, dann haben wir mal locker platt gemacht, der ne horische... Was ist das überhaupt? Horische Oger. Oger. Wir nennen den Oger. Gut, haben wir das geklärt. Oger. Ei, oben sieht es aber nicht gut aus, ehrlich gesagt. Ja, ja, ja. So. Und der Kopp drauf. Ach so, nee, brauche ich jetzt nicht. Brauche ich jetzt nicht wieder. Ei, ei, ei. So. Oh, da unten ist es. Was zum Abbau? Ich war mal mit dem Kampf abgehauen. Ich war zum Abbau hier. Ja, und, wann halt was zum Abbau ist? Das will ich schon machen, ne? Das baut sich nicht von allein ab. So. Wir müssen mal gucken. Wir müssen weiter da nebenan. Wo, 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 wo? Was für Battle, was für Battle? Da oben ist das. Das ist Battle, Mensch. Da kommen wir aber nicht nebenan. Ach so, wie sie so. Genau, Glatze Katze. Wir werden gerade angegriffen. Was ist los mit dir? Die Glatze Katze ist einfach geil. Hm, wo ist dann gerade der Schatz? So cool, hey. So. Weiter geht's. Wir müssen den Nuff. Nee, ich will den Nuff. Doch, geht. Nein, nee, da ist gar keiner, ne? Boom. Himbeeren, grünen Lattisch. Waren du nicht noch Gegner? Uh, was ist denn das? Äh, Menschab, was ist das? Es gibt vergrabene Schatzkiste? Sicher auch nicht. So, hier scheine ich irgendwie nicht hochzukommen. Nein. Nein. Was macht du eigentlich so doofen Geräusch? Und wenn ich das wieder... Ah, ich bin ingeölt. Oh, jetzt muss ich aber auch aufpassen. Ich bin in... So, ich guck nochmal auf die Kart, wie ich schlafen muss. Ah, ich bin ernst zu weit rechts. Ich muss zu weit, halt auch nicht mehr. Okay. Ah, gut. Wir gehen durch ins Lager. Oh, du hast nichts. Wärst du auch rum zu bloßen? Na, gut. Was ist das schon? Ohne Ah, alles in der... Lass die Finger weg, das Maikischt. So, was gibt's denn feines? Bisschen Geld. Wo machen sie dann Krach? Da oben. Mensch, ob ich da in Ruhe jetzt pennen kann? Ulrich? Was mit dir? Ja, komm. Ne, ich will nur nicht pennen, ehrlich gesagt, ne? Wir gehen da jetzt halt schön weiter. Was ist denn da? Irgendein Leder, hat sie gesagt. Soll man halt hochgehen? Komm her. Oh, da komme ich aber nicht nimmer. Muss ich mal an den Weg so irgendwie... Hm. Ja, ein Chest. Jetzt, jetzt... Nein, wir müssen gar nichts, ne? Sterbe müssen wir. Hoffentlich auch nicht halt. Mal auf die Kart gucken. Grundsätzlich ist es der richtige Weg. Wir rennen jetzt einfach mal den Weg weiter entlang. Wie man es vorgehabt haben. Ich glaube, ein bisschen Nuna kann das sein. Oh. Ja, komm. Das Stückchen kann ich noch Nuna. Ja, komm. Und dann spring ich da drauf. Und dann da Nuna. Sehr gut. Haben wir gesehen, wie es geht. Wollen wir das noch machen? Nicht schlecht. Und Ulrich war schneller. So, ihr Leid. Dann sind wir gleich da, wo man hin soll. Da hoffe ich doch. Wie sieht es dann hier aus? Das ist aber schön. Ich werde hier sein, aber... ...Standing still ist harder, als es sieht, du weißt. Standing still ist harder, als es sieht. Das ist aber wirklich hübsch. Ich würde gerne ein hübscherer... ...hübscherer Bild haben. Ist das die Glatze Katze, die schon wieder am Wimmer ist? Ist es das, wo man die Ivo gehabt hat, oder ist es ein neues Feuerchen? Wenn es dunkler Wald... ...und alles... Was sind wir denn hier? Schreien der Andacht. Ah ja, okay. Ihr Leid, was ihr Obacht? Folgendes. Ähm, ich würde mal behaupten... Hehe, ich hab Messer in der Hand. Sagen wir mal. Ich will ja doch nicht nur das Röckchen gucken. Ja, es geht aber gerade an der Stadt. So ist gut. Ich würde mal behaupten, ähm... Wir machen dort Pause für heute. Und machen wir weiter. Okay? Wir gehen mal in das Schreien der Andacht. Und dann tun wir andächtig schreien. Bis morgen. Tschö.